Und da sind wir wieder zurück zu Flatout 1 in der Silberklasse und zwar starten wir hier mit Whitefish Lake, der Ort Whitefish Lake und die Strecke Whitefish Run. Unsere erste Schneestrecke. Mal schauen wie das wird. Ich hoffe das wird alles ganz gut. Mit unserem schicken neuen Wagen sollte das aber eigentlich kein Problem sein. Wir haben das Maximum an Reifen getunt, wir haben das Maximum an Bremsen getunt. Ne gar nicht an Bremsen, an Aufhängung meine ich. Und so klappt das natürlich nicht. Ja da wollen wir ganz fies von der Strecke gerammt. Passiert nicht allzu selten hier in diesem Spiel. Oh Gott. Schnee ist tatsächlich sehr herausfordernd. Plus moderieren, aber ich krieg das schon hin. So dann schneiden wir ein bisschen die Kurve und holen die letzten Fahrzeuge auch noch ein. Es wäre gelacht, wenn nicht. Wie! Ich mag diesen Sprung. Okay. Das sind die letzten drei, die wir überholen müssen und zack sind wir an der Spitze. Hier rechts gibt es eine Abkürzung. Die nehme ich allerdings nicht, weil man da halt viel verkacken kann. Da kommt man halt hier, wo wir gerade durchgefahren sind, da springt man drüber. Nur früher habe ich die immer genommen, weil ich nicht so gut war. Dann dachte ich ja, jede Abkürzung muss ich halt mitnehmen, um irgendwie zu gewinnen. Aber das ist gar nicht so wichtig, jede Abkürzung mitzunehmen. Es ist viel wichtiger, die normale Strecke fahren zu können. Dann braucht man auch die Abkürzung nicht, denn die sind sehr riskant. Was ich jetzt seit einer halben Runde eigentlich nur erzählen wollte, ist, dass bei der Abkürzung da Kisten rumstehen. Oder Kartons oder sowas. Und die bringen sich natürlich dazu, dass du die Kontrolle verlierst. Und dann war das keine Abkürzung, sondern einfach nur Scheiße. Gut, sind wir uns einig. So. Hier diese Kurve, wieder aufpassen. Bloß nicht so schnell hier rein. Wir bewegen uns hier auf ganz dünnem Eis. Was steht da? Ja, eigentlich ist das Eis dick. Was ich an den Schneestrecken liebe, ist das, was wahrscheinlich viele hassen. Und zwar die Herausforderung. Dieses Eis, dieser Schnee, man muss da so viel beachten. Man muss aufpassen, dass man zu früh, er nicht zu spät bremst und so weiter. Die Kontrolle verliert man hier super schnell. Und ich finde das gerade geil, denn das ist eine richtig schöne Herausforderung. So. Für Anfänger würde ich hier keinen Heck-Triebler empfehlen. Sondern eher ein Front-Triebler. Ich weiß aber nicht, wer von den Fahrzeugen jetzt ein Front-Triebler ist. Weil ich hier, wirklich seitdem ich das hier spiele, immer nur ein und dieselben Fahrzeuge nehme. Nämlich die Besten. Hier geht's nur mit den Besten. Ich will euch auch das Beste zeigen. Oh, wir sind schon in der letzten Runde. Das ging ja schnell. Da habe ich da etwas verquatscht. Das tut mir natürlich leid. Also, wir konnten uns auch eine schöne Führung ausbauen. Und sollte jetzt nichts mehr im Wege stehen zum ersten Platz. Ja, wir haben einige Front-Teile verloren. Einige Scheiben haben wir auch liegen gelassen. Ganz schön frisch hier im Auto. Dann gehen wir mal schnell weg hier. Und, äh... Silber. Und da sind wir schon bei der zweiten Strecke. Oh, das ging ja schnell. Ich muss aufpassen, dass die Folge nicht zu lang werden. Dass es uns Probleme gibt, irgendwie beim Ändern. Aber das soll euch ja nicht kümmern. Dann lasst mich mal bitte... So, diese, äh... Unterführungen. Diese Brücken. Oder was auch immer das da sind. Diese Tore. Die sind sehr gefährlich. Man kann dir Gegner wunderbar gegenraben. Aber selber, wenn du dagegen knallst, du fliegst aus der Karre. Dann hast du ja erstmal viel, was du wieder gut machen kannst. Oh, fuck. Gut. Wir sind immerhin nicht aus dem Auto geflogen. Alter, unser Heck. Alter. Ey, was ist mit unserem Heck passiert? Hä, war das vorhin auch... War das wegen einem Baum? Habe ich gar nicht realisiert. Gut, dass ich die Strecken einigermaßen kenne. So fällt es mir leichter, mich hier zu konzentrieren. Von der Streckenführung her kenne ich sie auf jeden Fall. Nur das Fahren und das Einholen der Fahrzeuge. Das ist etwas, wo ich mich echt konzentrieren muss. So, den haben wir auch. Fehlt nur noch eine Position, die wir wieder gut machen müssen. Wir haben drei Runden oder zweieinhalb Runden sind es gleich nur noch Zeit. Also das müsste genug Zeit sein, um den ersten Platz reinzuholen. Auf die Tonne aufpassen, auf die Tore aufpassen. Da kann man auf eines aufpassen. Und der hat einen kleinen Fahrfehler gemacht. Das ist unsere Chance. Und die haben wir genutzt. Geil. Erster Platz, der gehört uns. Jetzt können wir anfangen, eine schöne Führung aufzubauen. Und wie schon mal gesagt, wenn man an der Spitze ist, kann man auch ruhig etwas vorsichtiger fahren. Die Gegner kommen einem dann nicht mehr so schnell hinterher. Schaut an, was wir schon für Abstand aufgebaut haben. Also, oh Gott. Ich sollte lieber auf die Straße gucken, anstatt auf die Karte. Das könnte von Vorteil sein. Okay. Schaut an, wie deformiert unser Hack ist. Und genau aus diesem Grund liebe ich dieses Spiel. Heutzutage wahrscheinlich nichts Besonderes mehr. Eine Sekunde. Weiter geht's. Continue Race. Oh, Mist. Ja, in der Kurve ist das schon blöd. Man muss hier natürlich aufpassen, wenn man das Rennen weiterspielen möchte, zuerst Eingabe zu drücken für Continue. Und dann die Falltaste nach oben für Gas. Wenn du es andersrum machst, dann landest du ganz schnell zu Exit Race. Ist mir schon ein paar Mal passiert. So, das ist schon die letzte Runde, was? Wann ist das denn passiert? Oh, oh, die Reifen. Diese Sechser klebenden Reifen, die sind heftig. Habe ich damals noch nicht verstanden, warum die Reifen zusammenkleben müssen im Sechserpack. Also, die sind sehr gefährlich. Gefährlicher als die Kegel in diesem Rennen, die einen auch aus der Bahn werfen können. Okay. Wir sind gleich beim Ziel. Oh, wie überrunden den einen schon fast? Seht ihr unten auf der Karte? Der ist nicht mal weit weg. Vielleicht schaffen wir noch welche bis überrunden im Laufe des Spiels. Das würde ich natürlich feiern. Hier sind wir ein bisschen Zerstörung. Wahrscheinlich vom vorherigen Fahrer. Und... Ja. Okay. Rennen beendet und erster Platz. Ich habe immer ein bisschen Angst vor einem Bug, den es hier gibt. Dieses Spiel hat für mich, ich glaube, drei Bugs. Fünf Runden. Ach, das ist ein sehr kleines Rennen. Mit schwierigen Kurven, glaube ich. Ich glaube, ich hatte hier mal Probleme am Anfang ab... Oh Mann. Ja, ich hatte am Anfang immer Probleme, Abstand aufzubauen. Wegen dieser Kurve hier am Anfang direkt. Ich hoffe, ich kriege die anderen noch. Wenn nicht, machen wir es so wie in der Bronze-Klasse, ne? Dann machen wir es einfach mit einem schnelleren Wagen. Super, die halten sich hier selber auf. Das ist, das ist sehr schön. In diesem Spiel gibt es ja einige Bugs. Einen haben wir schon gesehen, dass Gegenstände gerne im Wagen hängenbleiben. Das ist aber verkraftbar, ne? Das ist ja jetzt nichts, was einen sehr aufhält oder so. Der zweite ist... Also ein zweiter Bug ist, dass... Lass mich vorbei. Danke schön. Oh, oh, oh. Und... Ah, scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Da war ich zu schnell. Ach, scheiße. Wir haben alles verloren wieder in Position. Der zweite Bug ist, dass Gegenstände, wenn das zum Beispiel ein Karton steht und auf diesem Karton steht ein Kegel und du reißt diesen Karton weg, dann kann es passieren, dass der Kegel in der Luft schwebt, ja? Ist ja jetzt aber auch nicht so schlimm, ne? Und der dritte Bug, der ist dann etwas heftiger. Den hatte ich auch als Kind hin und wieder mal und das ärgert einen. Und zwar, wenn du jetzt... Guck mal, wir sind sechster. Oder nehmen wir an, wir sind erster und fahren jetzt von der zweiten in die dritte Runde rein, ne? Oder wir wollen die letzte Runde beenden. Ganz oft dachte ich das in der letzten Runde als erster Platz. Dann fahre ich über die Ziellinie und als statt das Rennen beendet wird, bin ich dann auf einmal letzter. Und dann muss ich die ganze Runde irgendwie nochmal neu fahren. Und das ist dann irgendwie ganz komisch, obwohl es die letzte Runde war. Ich hoffe, dass wir von diesem Bug verschonen werden. Er kommt auch ganz selten vor, ne? Es ist wirklich sehr selten. Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Ich rede zu viel und spiele zu wenig. Langsam fängt es an, herausfordernd zu werden. Zumindest mit Moderation. So. Noch zwei Runden. Wie viel Positionen können wir wieder gut machen? Mal gucken. Sehen wir mal. Ich dränge mich jetzt mal etwas mehr an. Ich blabbel jetzt mal nicht allzu viel, sondern versuche mich ein bisschen zu konzentrieren. Und im besten Fall fahren wir dieses Rennen halt nicht nochmal neu, ne? Das möchte ich ja vermeiden. Überall direkt Goldhund, wo es nur geht. Ich verlasse mich jetzt ein bisschen auch auf die Fehler der anderen. Fünfter Platz. Ah, der Müll. Der Müll. Sechster, vierter. Vierter Platz. Die drei sind da vorne alle. Scheiße. Scheiße. Weil dagegen nicht geknallt ist, bin ich hier voll in diesen Zaun reingefahren. Oh, ich hatte so eine Hoffnung. Aber ich glaube, wir kriegen den ersten Platz nicht mehr. Können wir vergessen. Alter, was für ein Penner. Hat er uns richtig in den Zaun reingeschubst. Gut, dieses Rennen müssen wir wohl nochmal machen. Aber das wiederholen wir später nochmal. Ich glaube, wenn wir fünfter sind, kommen wir auch gar nicht in die letzte Klasse. Wir müssen ja mindestens dritter sein. Ja, hier. Oh nein, wir müssen das ja gleich nochmal neu machen, ne? Ja. Sonst schalten wir die hier nicht frei. Machen wir kurz den Base-Fircuit. Die hier sind in der Regel ganz angenehm. Da gerät man nicht so schnell ins Rutschen, ins Schleudern. Und wenn die Gegner anfangen, dich da zu schubsen, dann kannst du besser die Kontrolle halten, als auf Schotter. Weil da passiert das ja sehr schnell, dass du die Kontrolle verlierst, Donuts drehst und dann dauert das wieder, bis du ausgerichtet bist. Das Geile hier ist, man kann hier so schnell fahren, wie man will. Wenn man weiß wie, fliegt man nicht von der Kurve. Wir haben spezielle Reifen anscheinend. Ihr seht das ja hier. Man kann hier sonst wie schnell fahren und rutscht nicht aus der Kurve raus. Okay. Die Kurve ist immer etwas tricky. Oder es geht. Hier ist eine Rampe. Da könnte man Abkürzungen, wenn man will. Hier rechts kommt man dann raus. Aber eine wirkliche Abkürzung ist das nicht. Es ist eher... Da kannst du halt einen Stunt machen. Dann knallst du gegen diesen Watchtower, der da steht, so ein ganz kleiner. Und verlierst die Kontrolle und... Ja. Ärgerst dich dann darüber. Ich kann ein Lied von singen. Ich wollte früher immer jede Abkürzung mitnehmen, weil ich dachte, hey... Wenn ich jede Abkürzung kann... Ich meine, die sind ja nicht umsonst da. Das muss ja schneller gehen mit Abkürzungen. Ich nehme die wohl einfach nur falsch. Aber nee. Nehme ich es nicht so. So. Wie sieht es denn aus vom Abstand her? Okay. Kennt ihr von der Carrera-Bahn? Geht ihr noch die Carrera-Bahn? Bei der Carrera-Bahn gab es ja immer diese fahrenden Autos auf diesen kleinen Schienen da. Und der Controller für die Carrera-Bahnen. Ne? Da unten so ein Griff. Und oben war da so ein bisschen wie eine Pistole, ne? Die Map hier sieht genauso aus. Nur halt auf dem Kopf. Diese Map erinnert mich immer an dieses Steuerelement der Carrera-Bahn. Vorletzte Runde. Gleich hat es schon die letzte Runde. Wir haben leider schon etwas Schaden genommen. Aber unsere Stoßdämpfer sind soweit noch intakt. Und verziehen tut unser Wagen auch noch nicht. Das sind die Punkte, worauf wir aufpassen müssen. Wenn unser Wagen anfängt, damage zu nehmen. Dann kann sein, dass er halt nach links oder rechts verzieht. Je nachdem, welche Seite betroffen ist. Und die Stoßdämpfer verlieren ihre Haftung. Was sehr übel ist. Weil dann springst du rum, als wärst du ein Känguru. Und findest einfach keine Haftung. In Kurven vor allen Dingen. Sehr schlimm. Aber ich bin mir sehr sicher, gegen Ende hin sehen wir das auf jeden Fall noch. Okay, letzte Runde. Letzte schwierige Kurve. Und dann haben wir es. Das nächste Rennen in der Tasche. Guck mal, das ging doch einfach. Wir hatten bei der vorherigen Strecke einfach nur Pech. Von der Schwierigkeit her, schaut den Abschnitt an. Ist das hier eigentlich noch ganz gut machbar. Probier mal die Baustelle nochmal. Äh, guck mal, jetzt sag ich schon die Baustelle. Ich verfalle in ein alter Muster. Die Kiesgrube. Gauray, Silver. Hier, Gravel, Rock, Run. Kiesgrube, nicht Baustelle. Da stehen halt Baustellenfahrzeuge. Was soll ich denn machen? Bagger. Noch mehr Bagger. Kiegel, Absperrungen. Das gehört alles auf einer Baustelle. Hier wird was gebaut. So, ganz einfach. Ich nenne es jetzt immer Baustelle. Ich habe das gar nicht realisiert, aber der Anfang war ja doch ganz gut jetzt, ne? Dritter Platz. So, bei den Sprüngen passe ich immer auf, dass wir nicht allzu krass landen. Also allzu heftig aufstoßen. Weil das beschädigt natürlich die Stoßdämpfer. Ja, ja, so schlau ist das Spiel. In den folgenden Teilen fehlt mir das irgendwie ein bisschen, diese Art von Schadensmodell. Aber ich verstehe auch, warum sie es rausgenommen haben. Ihr werdet das auch verstehen, wenn wir erstmal so einen Schaden haben. So, den haben wir abgedrängelt. Fehlt nur noch einer. Nur noch der da. Ich weiß leider nicht, was der für einen Namen hat, wer das hier ist. Ist das der Gelbe? Sag mal, bist... Oh Gott. Alter, wie fährst du denn? Also ja, das Fahrzeug ist gelb, aber ist das wirklich Banton? Frank Banton? Hättest du dich für so ein Auto entschieden? Naja, warum auch nicht, ne? Wir haben immerhin das Teuerste, also auch mit das Beste. Warum sich mit weniger zufrieden geben, oder? Wenn wir ein Speed Evil haben können. Okay. Ich habe auf YouTube gesehen, dass dieses Spiel leider etwas ruckelt. Also während ich das hier spiele, läuft alles flüssig. Ich habe hier keine Lags, kein Ruckeln. Leider kriege ich das nicht gefixt. Ich habe probiert, ich habe umprobiert, ich kriege es leider nicht hin. Also, Flatout 1 wird leider etwas ruckeln die ganze Zeit über. Vielleicht finde ich noch irgendeinen Weg im Laufe des Let's Plays, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich hoffe, das könnte ich verschmerzen. Dafür habt ihr hier mal eine super coolen Fahrkünste. Ja, oh Gott. Ja, verdient, verdient. Okay. Jetzt konnten die anderen natürlich super aufholen. Das ist sehr gut. So. Diese Kurve nicht so schnell nehmen, sonst fliegen wir da raus. Und schon beginnt die letzte Runde. Läuft auch hier gespielt. Ich glaube, ja, wir waren hier etwas so schnell. Scheiße, scheiße, scheiße. Man muss auch aufpassen, dass man nicht zu weit von der Strecke fliegt. Sonst kommt nämlich ein netter Fall. Der sagt dann hier, du bist außerhalb der Strecke, du musst gefährlich zu diesem Punkt zurückfahren. Und das kostet dann Zeit. Also entweder drückt zurücksetzen, was Zeit kostet, weil du dann im Stand bist und wieder anfahren musst. Oder du fährst den Punkt zurück. Was auch sehr anstrengend sein kann. Und nicht anstrengend, aber sehr zeitraubend. Aber wir haben das Rennen in der Tasche. Sehr schön. So, bei wie vielen Minuten sind wir denn? Ach. Boah, das geht aber schnell. Uff, okay. 13 Minuten, wir haben schon hier ein Drittel geschafft. Das wird wohl kein langes Let's Play. Gleich kriege ich das unter 10 Folgen hin. Okay, okay, okay. Wir sind an der Spitze, das heißt, das Schlimmste ist geschafft. Denn wir haben hier kein Drängel der Fahrzeuge. Also von hinten okay, ne? Boah. Boah. Was? Oh Gott. Oh Gott, was passiert hier? Hilfe überliegen nur. Und Menschen. Boah. Ich wollte gerade eine Mischung aus Menschen und Puppen sagen. Muppen. So, vierter Platz. Okay, ist aber noch in Ordnung. Jeder Platz ist okay. Wir müssen dann, wie gesagt, mindestens Dritter werden. Um die Goldklasse. Scheiße, Mann. Tenja Graham. Auf damit. Wir müssen die mindestens die... Toll. Das bin ich vollkommen draußen. Danke, Tanja. Tanja Graham. Egal, in dieser Kurve kann ich etwas aufholen. So. Komm schon. Falls sind die anderen entfernt, das geht. Was? Alter, what the fuck. Wie weit ist denn der erste weg? Alter, guckt euch das mal an. Wo ist der denn? Vor allem den wie? Naja, wir müssen ja nur dritter werden. Wir müssen nur die Goldklasse freischalten. Dann kriegen wir bessere Autos. Und dann können wir mit den... Oh mein Gott. Alter. Dann können wir mit den besseren Fahrzeugen hier nochmal antreten. Ich weiß auch schon genau, welchen ich mir hole. Den, den ich mir immer hole. So, die Kurve ist immer schwierig. Da kannst du wirklich nicht schnell vorbeifahren. Und auf den Bagger muss man immer aufpassen. Ebenso auf die Zäune. Aber, äh, habt ihr gesehen, die Laternen? Nicht die Laternen, die Strommasten. Die sind nicht weggebrochen, als wir gegengeknallt sind. Und das ist das, was ich an sich ziemlich cool finde. Dass hier alles eine etwas realistische Festigkeit besitzt. Eine realistischere Masse. So, den zweiten, den müssen wir jetzt auch noch einholen. Den ersten... Ich glaube, wir kriegen den ersten Platz hier nicht. Also, ob wir jetzt zweiter oder dritter werden, ist hier eigentlich egal. Den ersten Platz, den können wir abschminken. Den kriegen wir nicht mehr. Dafür ist der zu weit weg. Wie auch immer er diesen Abstand aufbauen konnte. Ich habe keine Ahnung. Im besten Fall macht er natürlich noch einen Fahrfehler. Ah, scheiße. Aus dem Grund versuche ich die Gegner nicht zu rammen absichtlich. Weil das sehr schnell für einen selber böse ausgehen kann. Ja, aber, ne, der erste, der macht keinen Fehler. Ich glaube nicht. Der fällt das ganze Rennen über zu perfekt dafür. Richtig ist der mit ein Auto oder ist die eine Baustelle? Ah, die wird renoviert. In den umliegenden Wohnungen. So, ich... Nee, niemals erreichen wir den. Das ist unmöglich. Wie konnte der denn so einen Abstand ausbauen? Das ist doch unfassbar. Keine Chance. Alter, was für ein Superheld. Boah, die Kurve ist immer schwierig. Vor allem, wenn da von hinten die Gegner kommen und die fangen an, dich zu rammen, ne? Dann hast du keine Chance. Dann verlierst du die Kontrolle, ob du willst oder nicht. Da kannst du auch nichts gegen machen. So, der erste ist im Ziel schon. Ja. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Äh. Na gut, zweiter Platz. Es reicht, um mehr freizuschalten. Es reicht. Ja. 1200 Dollar. Das geht eigentlich. 12.000 Dollar haben wir es schon. So, wie sieht es aus? Schafft man noch ein Rennen? Eins werde ich noch machen. Ja. Und ab sofort gibt es jetzt auch hier... Ja, wie soll man das nennen? Eine Stadt ist es nicht. Eine Kleinstadt eher, ne? Village. Hätte ich mal vielleicht lesen sollen, was da in der Streckenbeschreibung steht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Gemisch aus Asphalt. Und, äh, Schotter. Ne? Hier haben wir es halt. Und dort hinten haben wir Schotter. So. Ich muss sagen, die Gebäude sind hier auch außergewöhnlich hochdetalliert in dem Spiel. Auch, auch, äh, Gebäude, die außerhalb von den Strecken sind. Die haben richtig Fenster mit Hohlräumen in drinnen. Für die damalige Zeit. Nicht vergessen, ne? 2004. Was ich sehr bewundernswert finde. Als Kind hat man ja so einige Sachen gemacht. Hier das Haus rechts zum Beispiel. Das hat einen richtigen Hohlraum. Hier links. Da geht es überall rein. Da kann man überall reingucken. Da gibt es keine Texturwände. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Oh, nein. Ja, wer ist denn da? Ist das der? Ist das nicht der Frank Benton? Hm? Hat er uns einfach den Platz geklaut? Oh. Okay, okay. Okay, okay. Ich hatte gerade Angst, ich hätte jetzt zu krass abgekürzt. Und der würde mich jetzt hier abwarnen. Von wegen, nee, nee, fahr mal wieder zurück da. Das wäre natürlich übel gewesen. Ich setze mich nämlich sehr ungern in diesem Spiel zurück. Manchmal sind die Punkte ganz okay. Manchmal sind es aber auch sehr unfair gesetzt, dass du ein Riesenteil nochmal neu fahren musst. Okay, soweit so gut. Erster Platz gehört immer noch uns. Aber Frank Benton ist uns sehr auf dem Fersen. Der lässt sich nicht abschütteln. Oh, fuck. Oh, Alter. War das knapp. Ich sah mich schon da über dem Asphalt rutschen. Stell ich mir sehr schmerzhaft vor. Okay. Wir könnten unseren Wagen eigentlich noch etwas tunen, was Motorleistung und so weiter angeht. Aber wozu? Wenn wir es so schaffen, dann müssen wir hier kein Geld verschwenden, weil das Geld kriegen wir beim Verkauf des Wagens nicht mehr raus. Wir machen Verlust, wenn wir uns Sachen kaufen, die wir nicht brauchen. Und dann müssen wir nämlich anfangen zu farmen und das möchte ich nicht. Ich habe für mich nämlich einen Weg gefunden, dieses Spiel durchzuspielen, das letzte Auto komplett zu tunen und das alles ohne Farming. Also, dass du halt Strecken immer wieder beholen musst, um das Geld dafür einzusammeln. Schwierige Passage, ganz schwierig. Aber hier geht's wieder. So einen großen Abstand können wir hier langsam nicht mehr aufbauen. Die Rennen werden herausfordernder, da der Schwierigkeitsgrad steigt. Aber im angemessenen Tempo meine ich. Ach, okay, so. Ab ins Ziel. Finish. Yep, finish. 2000 Dollar. Okay. Go Rays, wo sind wir jetzt? Oh, die Hälfte haben wir geschafft. In einer Folge. Sehr nice. Vielleicht schaffen wir in der nächsten Folge die andere Hälfte. Und dann sind wir ja schon in der Goldklasse, ne? Die noch gesperrt ist. Ah ja, die sehen wir ja noch nicht mal. Die wird ja dann erst freigeschaltet. Ja. Dann geht's nächste Folge wieder mit der Schneestrick als erstes weiter. Und zwar diesmal Whitefish Bake Lake Whitefish Ready. Drei Runden. Erster Platz, 2000 Dollar. 2,5. 2, 2, 5. 2, 5. 2, 3. 3.000 Dollar. Oh nein, ich kenne die Strecke. War das die Strecke? War das die Strecke aus der Demo? Die konnte ich nie. Lass uns überraschen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt, äh, schön schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Und vielleicht kommen wir da schon in der Goldklasse. Mal gucken. Bis dann.